Gut, auch kein Wunder, ne. Schaufeln gehen schnell kaputt. Weil die ja auch nur aus Holz sind. So eine Diamantschaufel würde viel länger halten. Willkommen zurück zu Minecraft und wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, im Pfählen von Bäumen und dann geht's einfach weiter mit dem Haus. Da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun, also mit dem Hotel. Wir werden es erstmal wie folgt machen. Ich werde erstmal Schilder vorbereiten. Und werde dann irgendwie mal gucken. Und das Dach noch fertig machen und ja. Irgendwie so. Das Dach muss ja auch noch auf. Also erstmal Bäume weg. Ganz gemütlich hier erstmal das Ganze machen. Ohne Stress. Und sorgen. Wir haben ja Zeit. Bis auf erstmal hier weg mit den Blättern. Dütch. 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 Und dann. Wams. Komm. So viele Blätter. So viele Satzlinge, die dann runterkommen. Zwölf haben wir schon. Oh, es wird dunkel. Ich sollte vielleicht erstmal schlafen gehen. Sicher ist sicher. Oh, da war ein kleiner Leck drin. So. So auch mal vorkommen. Hab ich gehört. Oh, ja, Mo. Ups. Dann der zurück. Um zu gucken, ob wir noch Setzlinge runterkommen. Natürlich kommen wir noch Setzlinge runter, wäre ja sonst auch ein bisschen langweilig, ne? Okay. Du tsch, du tsch. Und Bums Und Klatsch Komm, geh weg Egal Warum wir erstmal hier der Sitzling gehen Ja, mir geht noch Also Klatsch 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 Flatsch Matsch Klatsch 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 Vier Sitzlinge sind übrig geblieben Reicht auch So Zu Zurück Wir machen erstmal weiter Wie ich das jetzt mit den Bildern mache, weiß ich ja noch nicht, hab die ja noch nicht geändert Kommt alles noch We have time So Erstmal bauen wir uns hier mal die Treppe so nach oben Klatsch Ähm 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 Aua Ich hab hier einfach keine Werkbank drin, na doch da hinten hab ich ja eine Hatte ich ja mal hingestellt und schon wieder vergessen Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwo Treppen... Eigentlich müsste ich noch irgendwo Treppen haben, Moment Bevor ich mir hier neue mache Gucken, ob wir nicht noch irgendwo welche haben, ne Mh 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 Hier sind noch Die Und hier sind noch Noch Die Und hier ist Nix Okay, dann ruhig doch keine Egal Machen wir halt welche Da 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 Aha Da 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 So 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 Gut Passt nicht So, gut, warum renne ich jetzt da hin, wenn ich gerade, egal So, mach jetzt das Dach So, kurz mal rüber zum anderen Haus gucken Zwecks Dach bauen Hier rum was am besten bauen Ach, das ist da so rum Das ist so rum, im Prinzip ist es doch auch egal Ich könnte auch eigentlich sagen, wir machen das ganz anders Und ich mache hier einfach so ein Glas-Dings drauf Glasblöcke Mal kurz gucken Ja, eigentlich auch keine blöde Idee Ich mache das total anders und mache doch Glasblöcke drauf So Ich habe bloß keine Blöcke gerade da, ich habe eine Scheibe Mal nochmal rüber gehen, ob wir da noch irgendwie Blöcke haben Nehmen wir irgendwie Ziegel Ach, die Kohle kann da auch drin bleiben Hier, viel Spaß damit Da Ähm 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 Nö Ähm Nö Okay Gut Dann müssen wir mal uns noch eine Schaufel Machen und Ab geht die Post Ähm Hier machen wir uns eine Schaufel Aus Holz Plus noch ein paar Und laufen mal Richtung Sporn, der ja irgendwo da hinten war Weil da war ja noch Sand, glaube ich Übrig Irgendwie So So ein bisschen Ist hier noch übrig an Sand Das sieht ja auch Ausländer So ein bisschen Chaotisch Auch Aber Wir müssen uns noch ein bisschen Ich 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 so das war ja schonmal schnell die Schaufel kaputt gegangen sein tutet gut auch kein Wunder ne Schaufeln gehen schnell kaputt Weil die ja auch nur aus Holz sind. So eine Diamantschaufel würde viel länger halten. Dass sie überhaupt nur so viel Sand ist. Ich dachte, hier ist schon fast gar nichts mehr. Ich muss noch ganz schön tief buddeln. Oh. 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 Ja komm. Oder ist die auch noch kaputt? so und die vorletzte so und die vorletzte so wird schon wieder dunkel kurz mal pennen da ist man so am schaufeln dann wird es auf einmal wieder dunkel harte arbeitsschaufeltag gut dann packen wir erstmal das glas schon mal rein haben wir schon ein bisschen was geschaufelt wenn wir die treppe runter gehen essen wir was so dann können wir nochmal die letzte schaufel geboot machen geboot na ups hier haben wir noch ein bisschen ton 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 der ton macht die musik wobei hier eher nicht so so dann können wir auch hier wieder weglaufen und wir nehmen jetzt erstmal das sand den glas da unten mit da das glas tuten wir mitnehmen es ist montag es ist frühs man muss erstmal ein bisschen wieder in die gange kommen das merkt man bei mir so aber das tut schon so 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 jetzt dauert es natürlich ewig bis da das glas noch fertig ist weiß das ist noch mal denn so lange mein paar bäume fällen der hier sind noch nicht richtig runter gekommen mhm 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 ähm mhm so So. Gut. Tschüss, Wolle. Ich muss das bisschen Holz herauskloppen, der Rest geht dann von alleine. Ja, genau. So. Bums, Bums, Bums. Kurz hier noch ein paar Setzlinge einsammeln. Viele sind es ja nicht. Und dann noch hinten noch die Bäume runterkloppen. Und dann war es das auch erstmal. Beim nächsten Mal machen wir einfach an der Stelle hier weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung. Oder ich bin noch ein bisschen büde gewesen. Also kam wahrscheinlich so ein bisschen komisch rüber. Macht aber nichts. Gibt Schlimmeres. Dann machen wir auch weiter hier mit dem Glas. Und wie wir das Ganze ein bisschen einrichten. Äh, noch einen schönen Tag oder so. Bis dann. Und, äh, tschüss.